hallo leute und herzlich willkommen zu einer kleinen ankündigung hier auf meinem kanal wie ihr seht wird im hintergrund offen man zieht unten ich habe auch schon ein paar rühre übertragung ich hatte ja schon angekündigt dass ich stream werde wenn mein besseres internet da ist mein besseres internet ist jetzt schon seit einiger zeit da das habt ihr vielleicht auch dann gemerkt dass ich zwei videos pro tag hochlade derzeit bin ich leider immer noch ein bisschen krank weswegen grad nichts kommt aber ich wollte euch trotzdem bescheid sagen dass ich heute ab 18 uhr ungefähr die der division beta die open beta stream werde ihr seid recht herzlich dazu eingeladen ja und wir hören uns sehen uns und zocken uns keine ahnung dann heute abend im stream ist denn so sehen